Ich habe auch schon mal gefragt, er hat immer gesagt, er ist ja eine Tritz, ey. War es ein 3er? Ne, ein 3er war es nicht, aber... Ne, doch ein 3er war es... Das ist ja eine Tritz, Wörter, das kannst du auch nichts sagen. Wie viele haben die den Weg gespielt? Was? Wie viele haben die den Weg gespielt? Ich glaube 38,6 oder so oder 5 oder so, irgend sowas. Jetzt können wir den Böger nochmal aus die Nase rein und legen. Aber die hatten halt einen schlechten Start, glaube ich. Rück'n ab. Ja, du stehst jetzt nach Starting Five, das weißt du. Wir brauchen Größe. Wahre Größe. Ja, ja, meine Größe zählt dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerne nach vorne spielen möchte. Foxy ist so charmant heute. Ja, das vermittelt er hier Putzjobs an Masterstudenten. Oh, aber wenn jetzt ein Frankenjob, er müsste doch an seine Leute denken. Ich meine, er hat ja auch eine gewisse Verantwortung, oder? Ja. Das ist gut, Betty. Was macht deine Freundin? Studiert, soziale Arbeit. In Erfurt. Oh, der nächste Dreier. Ist das Uni oder FH? Nein. Mal rein gehen. Oh, jetzt Marfen. Oh. Und mit V, sehr gut. Maler zu sich ausgleichen. Erstmal war er auch ganz ernst. Und jetzt machen. Hey, Dank, 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 Dank. Oh, das ist alles auf Video, ey. Oh, das ist geil. Scheiße. Das Video ist mir echt schick. Morgen bei YouTube, hä? Morgen bei YouTube, hä? Ja, das finde ich sofort so, ja. Du musst mal Wasser belassen. Entschuldigen. Wieso? Du musst dich ja nicht entschuldigen, wenn du nach deinem Wasser fragst. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Ja. Nein, danke. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Wow! Oh, geil, ey. Oh, Hammer, ey. Wie hast du drauf, ja? Sehr gut. Er ist auf Video. Er ist auf Video. Ja, back down, tschüss.